Die Werderberger Schlossfestspiele präsentieren La Traviata. Die Opern von Giuseppe Verdi vom 2. bis 18. August am Werderberger See. Infos und Tickets unter latraviata18.ch Und wenn wir da schon schunkeln vorher, dann nehmen wir dem Höhepunkt eigentlich die plastische Spitze weg. Aber wenn er Libyamo singt und der Höhepunkt kommt hoch... ...dann sind wir genau am richtigen Ort und verstärken eigentlich das, was er singt. Da sieht man dann eben die zwei Gesichter der Violetta. Es ist nicht immer einfach lustig. Mal probieren wir ein bisschen wieder die italienische Leichtigkeit. ... ... Die Werteberger Schlossfestspiele präsentieren Die Opern von Giuseppe Verdi vom 2. bis 18. August am Wedderberger See. Infos und Tickets unter latraviata18.ch Die Werteberger Schlossfestspiele Die Werteberger Schlossfestspiele Die Werteberger Schlossfestspiele Die Werteberger Schlossfestspiele Die sind schon da oben Da ist noch alles drunter Dann kommen sie auch langsam hoch Und die anderen gehen schon wieder runter Da haben wir irgendwie den Höhepunkt verpasst Die Werteberger Schlossfestspiele präsentieren Die Opern von Giuseppe Verdi vom 2. bis 18. August am Wedderberger See Infos und Tickets unter latraviata18.ch